Moin Leute, ja willkommen zu einem neuen Video, ich werde es gut noch wieder kühlt. Ja, endlich geiles Wetter, naja, was heißt geiles Wetter, optimal ist es nicht, es ist kalt, es ist windig und die Sonne scheint nicht, aber dennoch soll es die komplette Woche trocken bleiben, auch wenn es gerade ein bisschen genieselt hat, ich war echt überrascht, das hatten die nicht angesagt, aber dennoch habe ich mein Bike rausgeholt, um einfach mal mein neues Equipment zu testen, ja, wie die Leute, die mich auf Facebook verfolgen, mitgekriegt haben, durch mein Rucksack-Unpacking, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, ja, es war ein super Angebot, das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ja, am Shinbau und am Helm befestigt ist jetzt eine GoPro Hero 4 Session. Ja, dadurch habt ihr dann weiterhin die Pinkycam als Hackfacecam und am Heck zu sehen immer noch die Drift HD 1080p für die Sicht nach hinten und den geilen Auspuffsound. So, ich hoffe jetzt auch, dass diesmal die Kamera am Helm vernünftig eingestellt ist, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, ich kann sie ja von hier sehen. Und ja, dann filme ich mir heute nicht nur einfach mein Cockpit. Außerdem testen wir heute mal noch ein neues Mikrofon. Mal gucken, vielleicht können wir ja nochmal so von der Audioqualität noch ein bisschen was dazu gewinnen. Ich bin echt gespannt. Könnt ihr auf alle Fälle mal so in die Kommentare hauen, wie ihr jetzt so die Bildqualität, die Audioqualität und das alles so findet. Und ob die Perspektive so für euch passt oder auch nicht oder wie auch immer. Ja, die neue GoPro war einfach ein super Angebot. Und da muss ich mich auch nochmal herzlich an den Blog richten, mit einem herzlichen Dank. Der hat das nämlich bei uns in die Facebook-Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe hat er das gepostet. Und zwar, ja, normalerweise kostet die ja so, ich glaube, überall 209 Euro. Ich habe sie ja 249 gekriegt. Ja, im Internet war sie dann auch schon überall ausverkauft auf der Seite. Ich bin dann halt zu dem entsprechenden Händler hingefahren und habe noch eine der letzten beiden bekommen. Und wie ich dann wieder zu Hause war, waren sie dann auch ausverkauft. Ja, ganz Berlin ausverkauft, ganz Hamburg ausverkauft. Wenn ich jetzt nicht zugeschlagen hätte, hätte ich bis Bremen oder Hannover fahren müssen. Also richtig Glück gehabt. Naja, ich war echt am überlegen. Ausschlaggebend nachher war für mich, dass ja dieser riesige Klotz da, die GoPro, eigentlich ans Schillen bauen sollte. Aber dann hätte ich halt diesen riesigen Kasten vorne am Kinn gehabt. Und ja, das fand ich irgendwie ein bisschen scheiße. Das hat mich genervt. Außerdem das Ding voll silbern, riesig. Und da die Session ja verdammt winzig ist und schwarz und ja, so ziemlich ja von der Ausstattung besser als alle Kameras, die ich habe. Ja, da habe ich dann gedacht, dann kaufst du dir die mal. Allein jetzt auch für dieses Shin-Mount ist, ist die sowieso viel besser. Ah, herrlich ey. Okay, endlich wieder Moped fahren, ey. Ja, des Weiteren möchte ich, ah ja, die ganzen neuen Zuschauer und Abonnenten begrüßen. Richtig geil, dass ihr jetzt auch dabei seid. Da ist in letzter Zeit wieder eine Menge mehr geworden. Wir kratzen an den 2000, Leute. An den 2000, das muss man sich mal vorstellen. Das ist total krank. Ja, mal gucken, was ich denn zu den 2000 Abonnenten noch mache. Ah, da lasse ich mir noch ein bisschen was einfallen. Oder auch nicht. Das werdet ihr denn sehen. Ah, warum muss die Fahrschule hier eigentlich so komisch fahren? Ah, das sollte eigentlich auch jetzt so ein kurzes Video sein, wo ich euch so ein bisschen, ja, erzähle, was es so tolles Neues gibt. Ah. Und ich wollte euch einfach mal diese tolle Fahrschule hier vor mir zeigen. Die so vorschriftsmäßig mit nicht mal 45 kmh, so knapp, ja, 45, ja, komm, ja, schön. So, ich fahre jetzt mal neben dich. Ach, ja. Machen wir mal Moped-Führerschein, kein Auto-Führerschein, ey. Das ist viel geiler. So, dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Seid mal fleißig wieder in den Kommentaren unterwegs, was ihr jetzt so zu der neuen Kamera sagt. Und ob jetzt die Audioqualität sich verbessert, verschlechtert oder gleich geblieben ist. Und sonst, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Hau rein. Hallo. Grüßt die Enten und tschüss. Tschüss. Abonniert mich. Abonniert mich. Ja. Abonniert mich. Abonniert mich. Abonniert mich.